Mein Name ist Sebastian Schäffner. Ich werde demnächst nach Weida gehen. Weida in Thüringen, eine schöne Kleinstadt. Die Wiege des Vogtlands, sagt man. Ich freue mich darauf, denn nach einem sehr langen Weg über Studium und erstem Beruf bin ich jetzt dort, wo ich hin wollte. Und ich werde in Weida viele Menschen kennenlernen und ich freue mich darauf, mit ihnen zu entdecken, was unser christlicher Glaube schon aus seiner Tradition bereithält. Da denke ich zuerst natürlich an den Gottesdienst. Und es wäre mir ein Wunsch, dass wir versuchen, diesen wieder als einen Ort stark zu machen, wo sich die Gemeinde trifft am Sonntag. Jung und alt, Menschen aus ganz verschiedenen Hintergründen. Ja, und vielleicht ergibt sich dann immer wieder auch ein neues kleines Projekt, wo wir uns zusammentreffen, wo wir unseren Glauben ausprobieren. Darauf freue ich mich und ein kleiner Spruch war, wie geht's Weida? Na, in Weida.